Guten Morgen! Jetzt gehen wir gerade aus Atapuaka los. Heute geht es nach Burgos, ca. 18-19 Kilometer. Wir hatten eine super Herberge. Es war wirklich eine Herberge. Es war ein 10-Bett-Zimmer und wir haben geschlafen wie ein Stein. Das erste Mal in einem Massenschlafraum, wo es leise war. Es war ein leises Schnarcher dabei, keine lauten Schnarcher, aber es war okay. Wetter scheint ja heute super zu werden. Keine Wolke am Himmel. Doch da hinten. Aber das ist egal. Die sind weit weg. Ja, der Mond ist auch noch da. Mein Mann auch. Ja, mal gucken. Hier kann man eine schöne Pause machen. Ja, mal gucken. 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 ВОGELCOME Ja, gut. Ja, der Mond. Da liegt auch noch Click. Ich legeş'te. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020